. Neuer Aufbauspieler, neuer Shooting Guard bei den Giants. Sofort mal her. Folgreich, was geschehen ist. Da geht es richtig zur Sache in der Zone A1, man. Sehr, sehr gut. Wenn Eiter auf dem Boden liegt, dann... Oh, sensationeller Eurostep von Quentin Budde. Er hat ja zuletzt in Graz gespielt, Österreich, wo er richtig überzeugt hat. Antwort durch Marco Patschak. Der hat sich in der Offseason auch einiges angetan. In positiver Bedeutung. Steel Gooden. Ausgleich. 18,18. Was ist denn? Das war kein Foul. Karl. Yep. Ist das schön, wenn so eine Aktion kommt und dann ist in der Halle wieder Stimmung. Super, den Ball bewegt die Giants in der Offensive. Das war ein herrlicher Angriff. Höchste Führung für die Giants. Nächster Steal. Joßmann. Stark. Winter. Endlich wieder dabei nach seiner Verletzungsmiserie, die er hatte. Melvin Joßmann. Sehr gut. Auf jeden Fall. Hallo liebe Basketball-Fans und Giants-Fans aus ganz Deutschland. Auch PSG-Fans. Joßmann mit dem nächsten Dreier muss ich kurz unterbrechen. Sorry, aber der bereutet gerade richtig Freude. Ja. Trotzdem viel. Winter. Gut. Wichtig ist, dass auch keine zweiten Würfe zulassen. Das klappt immer besser hinten mit dem Rebound. Schwierig gegen Eiter. Aber so schnell, da kann Eiter nicht reagieren. Wenn mich keiner angreift, dann gehe ich ganz zum Kopf. Sehr stark. Boah. Jetzt man tankt sich durch. Sehr schön gesehen. Super Pass. Und dieses Transition-Game, das läuft bei den Giants. Technisches Foul. Da steht er. Karlsruhe. Goodin. Sieht gut aus. Und der ist auch gut. Mann. Das kann er. Quentin Goodin nochmal. 12 zu 2 der Run. Zugunsten der Gäste. Goodin. Dennis Heizmann. Was für Hangtime. Zeig uns deinen Bizeps. Solange du solche Aktionen hast, darfst du das. Schöner Cut. Herrlich gespielt. Herrlich. Das ist herrlicher Basketball, Freunde. Der Scorer noch nicht so in Erscheinung treten heute. Musste er bislang aber auch noch nicht. Denn Luis Figge und Co. machen das bislang richtig gut. Fusco da. Ficke für drei. Das läuft. Ficke. Der wird doch nicht nochmal treffen. Der trifft nochmal. Luis Figge. Vier von fünf. Erfolgreiche Dreier. Fünf Sekunden noch. Winter. Step back. Yo! 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 Komm jetzt lass mal krachen, Junge. Yeah! Und ist das nicht schön. Wenn so eine... Spencer... Das dann auch nochmal. Und das war's dann. 190 zu 71 gewinnen die Bayer Giants Leverkusen. gegen die PS Karlsruhe Lions.